So, dann wollen wir uns mal den leckeren Dolch da rausholen, ne? Der soll ja gegen alles sein, ne, für alle Monster und und und. Das wird wohl richtig schön, nehmt dich. Ja. Ha, ne, nun komm, nehmt schon. Einen kleinen Dolch dagegen, ah, Alter, der sieht doch jetzt aber auch ein geiler Zache, ey. Ja. Du hast alles ruiniert! Da blättert dich selber ab. Ja. Scheiße. Trotzdem immer wieder in Vorsand, ja. Ohne Plex. Oh. Alter. Ja, genau. So, jetzt machen wir erst mal Fly, Fly Away. Yeah. Und dann gibt's ja uns noch ein nettes, letztes Outfeeling. Jawoll. An der Oberfläche reiben. Ja. Dein neuer Look, viel besser als der alte. Ja, finde ich auch. Aua, ne? Au. Warum? Mensch, wir hätten so unklar sein können. Ehrlich. Halt. Wollen wir nicht auch mal mit? Da ist die Kuh. Oh, oh. Aua. 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 Ja, das war schon gemeint. Okay, ich geh zurück. Ich geh zurück. Dann bock der jetzt noch. Ja, weil der stirbt jetzt die ganze Zeit nach vorne. Ich wollte jetzt einfach mal rein. Ihr seht, dass das kein großen... Naja. Ja. Naja, später. Oh, oh, oh. Nachlassen. Also, was zu der reintrechnen musste. Oh. 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 Ja, aber nicht meins. Wo, 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 wo. Oh. Scheiße, weck die auf einmal. Leck' die Pfanne, ey. Komm hoch, komm hoch. Ja, ja, ist ja gut. Ich krieg die nie auf. Ich geh ja schon. Die fliegen, ey. Nee. Warum nicht? Bin ich nicht. Glaubet mir. Ich bin vollkommen aufgeschlossen. Aha, hab ich mir gedacht. So, das ist echt echt. Ja. Du bist zuerst da. Es ist zu spät. Du siehst deine Rose nie wieder. Was dir bleibt, ist Schmerz. Verflucht geist du. Ja, ich kann Schuhe sau sein, ne? Aber, sorry. Das war für mich eigentlich mit am schlimmsten jetzt. Ja, wenn ich jetzt ehrlich bin. Jawohl, go to hell. Jetzt, unser erster Flakon. Ne, ist doch mal lecker. Ja, ich bin endlich raus. Ja, ich will es doch hoffen, dass wir jetzt hier rauskommen, ne? Ja, lecker. Mal gucken wir mal hier drin. Oh, schöne rostige Reste. Ja, es sind ja noch viele Sammeln. Ich mache das eigentlich wegen der AP. Ja, ohne Platz. So, ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen Sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruinen runter ins Dorf. Versuchen wir das mal da. Machen wir den hier noch. Nix? Ah, hier haben wir noch ein Bewohnern. Ja, nee, nee, wir haben ja noch nichts. Ich wollte den... Ah, und ein nächstes Klo. Schießpulver, ja, das braucht man auf dem Klo. Schießpulver. Erstmal eine runde Brezel gehen und dann nochmal Schießpulver dabei. Da kommst du gut vom Bot. Absolut, alles klar. Gut, jetzt muss ich durch die Höhle, ne? Kann ich mal... Sehr gut. Warum ist die Maus? Ja, es ist schon echt Goyle. Also, äh... Ja, so, hier ist Point of No Return. Trotz da was vergessen. Ah, ja, die Fische hier. Ich brauche sie jetzt nicht mehr. Aber, ich sage euch auch, dann knallt alles an das Viehzeug ab und macht und tut. Ja, weil ihr werdet es brauchen, falls ihr spielen wollt. Gut. Ah. Ja. Ja. Tja, dann tut's mir leid. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Hahaha, du kommst zu spät! Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Ja, ja. Die Segel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Hahaha. 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 Die wartet nicht auf dich, ich glaube es mir. So, was haben wir denn hier? Der Schlüssel. Jawohl. Danke. So, hier war nichts mehr, ne? Nö, so wie es aussieht, war hier nichts mehr. Was ist hier? Mutter Miranda. Da ist sie im Feuer. Ja, ich weiß nicht, ob sie jetzt verbrennen soll, oder? Okay, da beten die Leute für sie. Okay. Ja, das habe ich mir selber noch nicht angeguckt. Ich sage, ich entdecke hier laufend neue Sachen. Alter. Ja. Absolut. Ah. Uh. Im Grunde, das müsste alles blau sein. Gut. Ja, sie und ihre drei Töchter, da habe ich irgendwo, äh, es kommt noch mehrere Stellen, wo ich da so, äh, nichts habe. Ja, absolut. Ja. Was tun wir denn hier? Nein, das haben wir auch noch nichts. So, hier ist nichts. Ne, nein, hier ist nichts. Moment. Ähm, Moment. Ich muss, nee, Quatsch, kann man noch da. Ja. Ne, gönnen wir uns alles. Die Barmste. Ja. Ja, ha, ha, ha. Wow, jawohl, drei Herzschutz. Ich würde sagen, das lässt sich gut an. Hm, hm, hm. Ich hoffe, der ist jetzt runtergefallen, dass ich den Lied aufheben kann. Ja. So, hier einmal kurz weitergehen. Äh, Siege und so. Ja. Ich erwähne das nur ganz kurz, weil ich da war. So, ist der runtergekommen? Ja, wunderbar. So, ähm. Moment. Ich will noch was ausprobieren. Ja. Nein, wieso hat er den jetzt nicht genommen? Ich muss rüsten. So, ähm. Moment. Ja, genau. Da ist er. Alter, frisst der 13 Schüsse, der gefressen hätte. Ja, das ist schon ziemlich massiv, was die schlucken. Ja. Finde ich schon. Ja, absolut. So, jetzt haben wir, ist das hier drin, jetzt die Schatulung? Ja, genau. Ähm. Und, ähm, wir gehen mal kurz drauf. Ihr seht, ist noch nichts. Ja, wir haben ja auch noch nicht alles. Aber das nennt sich Luisas Kiste. Ja, jetzt haben, ähm, einige Leute, ähm, auch falsch gemacht. Ja, die sind nicht noch mal dahin, weil sie wussten nichts damit anzufangen. Und wir kommen ja noch mal zu, aber jetzt kommt erst mal der Duke. Ja, bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Äh, ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was soll das heißen? Sie genau hin. Ach du Scheiße, Rosemarie Bee. Kopf. Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Dann müssen wir noch fallen. Ich will es nicht hören. Nee. Nein, unmöglich. Das kann nicht sein. Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer... Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen sie schon. Halten sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Nee. Hast du nicht. Absolut nicht. Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König. Ja. Nicht wahr? Eve number three. Three. Ja, gut. Ich schwöre, wenn sie mich verarschen. Verdammter Witzbold. Nein, ich will nicht damit sagen, dass die Leute das falsch gemacht haben. Aber sie haben es einfach vergessen. Wer nicht? Ja. Weil, ja gut, manchmal es hilft lesen. Also das ist, äh, ja. Das ist also wirklich... Aber trotzdem. Manchmal ist das so... Na gut, egal. Sag. So, jetzt kaufen wir was, was ich... Sag, die Bohne. Jawoll, kaufen wir uns mal. Ja. Das hat... Genau. Wo ist es? Da. Oh, die nimmt ganz schön viel Platz ein. Schnell ausrüsten. Zack, die Bohne. Ja, gucken wir mal. Oh. Ähm, geht das nicht? Ah, jetzt habe ich jetzt. Wie kann ich das wieder zurück machen? Oh nein. Okay. Halten wir mal so. Ja. Ähm, noch kann ich nichts machen hier. Genau. Wie viel guter Schlüssel. Nein. Ins gute Stück gehen. Ja. Oh, lecker. So, und das ist jetzt auch... Ähm, Sekunde. Ne, eins muss ich jetzt mal eben machen, sonst vergesse ich das gleich wieder. Ja, da oben, da ist der Vogel. Ja, ich will euch das nur zeigen. Halt. Da ist der Vogel. Bam, stay. Genau. Einfach mitnehmen. Ja, einfach mal mitnehmen, weil es sind 7.100 Lai. Genau dieses Ding hatte ich nämlich vergessen. Ja. Datum 9.02.2021. Protokolliert von NH. Hm. L35 Ankunft. Keine Anzeichen von RW, äh, von EW und RW. 12.10 Uhr. Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf EW gefunden. Aufenthalt von RW, unbekannt. 13.10 Uhr. Basis in Kirche eingerichtet. Weitere Vorgehen, weiteres Vorgehen. LB-TDK9, Durchsuchen des Labors. NHUE-Analyse der Pülsproben. Alpha-Infiltration der Fabrik. Lässt sich ja an, würde ich sagen, ne? Aber eins werde ich jetzt eben machen. Ne, Quatsch, machen wir jetzt nicht. Nein, wir speisern jetzt nicht. Ähm. Na, ich muss hierher. Genau. Kann ich jetzt schon da hoch? Warte mal. Ja. Lass mich mal eben da durch. Ja, ich will nur kurz durch. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ja, ich will da haben. Genau. Aua. Ah-ah. Aua. Naja, bleibt schön liegen. Ja, ich muss mit der Waffe mehr. Weitermachen, ja. So, hier haben wir noch leckere Sachen. Ja. So, jetzt kommen wir nämlich zu dem Ding, was ich vorhin gesagt habe. So, hier finden wir eine Kette. Yes. Gut, dass ich das angesprochen hatte. So, jetzt kommt es. Luisas Halskette. Echt geiles Ding. Ja. Ja, so, Halskette, Luisas Halskette, da unten ist sie. So, wir durchsuchen es. Zack, mal eben 8000, das Ding wert. Auf, nett. So, wo ist jetzt die Kette? Jetzt ist die Kette weg. Luisas Kette ist weg. Sekunde. Nein, sie ist nicht weg. Sie ist jetzt, glaube ich, bei den Schätzen, ne? Äh? Moment. Jetzt bin ich abgeflügelt. Nein. Ach, Kette mit Schlüssel. Jetzt, siehste. So, da haben wir den Schlödel. Ganz genau. So, und jetzt, äh, nehme ich das noch mit. Die hatten wir aufgemacht. Genau. So, jetzt gehen wir ruckzuck. Und ohne Unterlass. Wieder. Moment, war ich eigentlich hier? Ja, hier war ich. Hier seht ihr, da sind auch noch Hühner. Auch leicht sind da keine Hühner. Nein. Absolut nicht. Du kommst schon. Wissen, ehrlich. Das ist, äh, manchmal mit dir ein ernstes Wort reden. Nee, wer mach ich? Sonst glaubt man es mir, ich vergesse es sonst auch. Ja, absolut. Das ist echt extrem. Ja, dafür ist da eine geile Sache. Auf jeden Fall. Yes. Ganz genau. So, hier war das, ne? Genau. Zack. In Luisas Schlüssel öffnet diese Schatzruhe. Und da ist Cesaris Pokal drin. Ja, richtig was wert. So 18.000 oder so ist da her. Ja, haben und nicht haben, ne? Und zweierlei paar Schuhe. So, hier packen wir noch nichts rein. Nein, nein. Jetzt müssen wir ja zu dem... Dienst mit dem roten Schornstein. Ja. Ähm. Das ist auch gemacht. Habe ich das eigentlich schon eingesammelt? Ja, habe ich. Ah, irgendwie... Ich sage, ich... Ah, Moment. Jetzt können wir hier rein. Genau, die ist sonst auch zu gewesen. Und jetzt können wir hier rein. Ganz genau. Jetzt können wir uns gemütigt tun an den Sachen. Ja, am Anfang ist die, ähm, geschlossen. Hier ist der Teddybär. Ja. Und die kriegt man auch nicht mit dem Schlüssel, sondern man muss warten, bis zum Krisenwert. So, jetzt ist der hier leer, ne? Ja, absolut. Gut, dann würde ich sagen... Lass ich jetzt mal gucken. Ja, Moment. Wow, 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 wow. Da nehme ich mal meine... Extrem... Nehmen wir mal das Schwert. Dann nehmen wir mal das Laserschwert. Die haben... Die Lully. Oh, kein Platz mehr. Ja, na gut, machen wir das so. Egal, das ist nicht so tragisch. Auch? Oh, das geht noch. Das ist drin, das ist drin. Halt. Da ist nichts drin. Oh, alt, hier geblieben. Jetzt. Oh, ich teste da gleich mal. Oh, aufschließen. Okay, da, die nächste Klotür. Ich nehme natürlich gerne die rostigen Reste. Ja. So, Moment, einmal die Eröffnung. Bitte vielleicht... Ey! Jetzt habe ich da mal gehalten. Au, ah, ja, 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 jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, war mein Fehler. Alter, was ist los? Oh, das ging aber jetzt högisch. Wow. Alter, ist das ungewohnt. Ja. Wenn ich ehrlich bin, das ist echt ungewohnt. Oh, ich kenne mir auch. Ja, das sind dann diese Panikdinger. Ja, absolut. Nee, da muss ich sagen, damit muss ich noch üben. Ja, das war jetzt... Äh... Zwar ein schönes Ding, aber... Naja. War ja nicht schlecht. Soll es ja nicht schlecht sein, aber... Damit muss ich noch üben. Ja, auf jeden Fall. Moment, da unten haben wir noch ein Klo. Die ist von der anderen Seite geschlossen. Oh, das ist besetzt. Ja. Haben wir hier noch? Nee, hier habe ich noch nicht. Da guck mal, die kann ich nehmen. Die vier. Ja, gut, vier Stück. Ah, lecker. Ich sag ja, ich muss erst üben. Ich kann nicht einfach so und drauf los, dass das kann ich nicht mehr mit meinen Kass 60. Ja, absolut nicht mehr. Nee. Absolut nicht. So, was haben wir denn hier? Alter, sag mal, bist du behämmert, du... Boah. Ja, das nicht lecker jetzt. Äh, was hat man da nochmal? Null... Nein, andersrum. 0,7. Ja. 0,4. 0,8. Das müsste so sein, ne? Ja, genau. Aber hier liegt normalerweise diese 1911er drin. Ich sag es euch nun mal. Und... Ui, 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 ui. Oh, 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 oh. Oh. Na gut, dich hämmer ich mal erst weg. So, könnt ihr mal kommen? Oh, bitte. und die nein 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 da kann man aber auch leicht einer mehr wer weiß vielleicht kommt er jetzt mal eine ecke ja das weiß ich ja nicht moment habe ich den jetzt gibt jetzt müsste jetzt sein da kann wirklich auch einfach einmal mehr ich habe fünf an da sogar aber gut beschwer mich nicht jetzt nicht nett ja freunde bis gleich